Grüße gehen raus an die allerbesten Zuschauer der Welt. Danke, dass ihr wieder da seid. Heute stellt Tamron der Weltöffentlichkeit ein nagelneues 10,7-fach Zoom vor. Und zwar handelt es sich um das nagelneue Tamron 28 bis 300. Und dieses Video ist weniger ein Test als eine Vorstellung, da muss ich ehrlich sein, weil ich habe nicht so viele Fotos damit gemacht. In dem heutigen Video sprechen wir aber trotzdem mal darüber, inwieweit dieses Objektiv Sinn macht, was es kann, weil ein paar Bilder habe ich ja doch gemacht, wo vielleicht die Schwächen und Stärken liegen und wo vielleicht der Unterschied zum 28-200 liegt, was ja auch ein sehr beliebtes Tamron-Objektiv ist. Viel Spaß mit dieser Vorstellung. Ja, reden wir zuerst ein bisschen über das Äußere, bevor wir nochmal auf die Specs eingehen. Es handelt sich um ein Zoom-Objektiv für Vollformat-Kameras, was wir von 28 mm bis 300 mit einem 90 Grad, würde ich sagen, Drehmoment hier komplett ausfahren können. An der Seite befindet sich, wie bei allen neuen Tamron-Designs, eine belegbare Taste. Wir haben einen USB-C-Port für Updates oder die Tamron-Utility-Software. Wir haben eine Kunststoff-Gegenlichtblende, Streulichtblende und wieder ein Filtergewinde mit 67 mm. 67 mm haben ja wirklich 90 Prozent der Tamron-Objektive bekommen. Mir fallen da wenige Ausnahmen ein, wie zum Beispiel das Tamron 150-500 oder das 35-150, was ja auch legendär und sehr beliebt ist. Das Objektiv hat trotz seines extrem weiten Bereichs von 28 bis 300 ein sehr kleines Gewicht von nur 644 Gramm hier an meiner Briefwaage gemessen. Der Hersteller gibt es noch ein bisschen niedriger an. Ich vermute mal, dass dies dann immer ohne die Geli wiegen. Das halte ich aber jetzt nicht ganz für praxisnah. Auf der inneren Seite befindet sich noch ein Lock-Schalter, sodass der Zoom nicht von selber rausfährt. Ich selber würde aber sagen, ich habe das bisher nicht so richtig geschafft, aber meistens ist es ja so, dass Objektive im Lauf des Gebrauchs dann noch weicher werden vom Verstellen und dementsprechend macht das schon Sinn, dass man hier vielleicht so einen Lock-Schalter montiert. Das Objektiv ist stabilisiert, ja, kein Scherz. So wie Tamron das häufig macht, ist in dem Objektiv auch ein Stabilisator eingebaut und der hat auch wirklich gute Arbeit geleistet. Also wenn ich so aus der Hand fotografiert habe, da hat man sofort gemerkt, bei 300 Millimeter zittert es ja so ein bisschen und sobald man eben andrückt, war das Bild schön ruhig. Also da kann ich überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Reden wir mal über die Lichtstärke, denn die wird natürlich für einige Kontroversen sorgen. Wir haben hier nur ein F4. Im 28er Weitwinkel haben wir nur ein F4. Das ist jetzt nicht besonders tragisch, weil ich kenne auch viele, die haben ein 24-105. Das ist ja auch nur ein F4, aber halt ein durchgängiges F4. Und wir stellen jetzt mal fest, ab wann das Objektiv die Blende sukzessive weiterschließt, denn bei 300 Millimeter haben wir nur noch ein F7. Das hat zwar zum Beispiel das Canon 100 bis 500 auch, aber das hat halt auch 500 Millimeter und das hier hat halt 300 Millimeter. Und somit erklärt sich natürlich auch diese extrem kompakte Bauweise. Das hat den Vorteil von Kompaktheit, das hat den Vorteil von Gewicht, aber das hat natürlich auch den Nachteil von Lichtstärke. Und da müssen wir so ein bisschen herausarbeiten, für wen ist denn dieses Objektiv eigentlich gedacht. So, was euch natürlich interessieren wird, ist, ab wann verlassen wir denn die interessanten Blendenwerte. Zum Beispiel die F4 im Weitwinkel. Ab wann wird denn die weiter abgeblendet? Und das kann ich euch jetzt hier nur grob darstellen. Also, ich würde sagen, so, wenn wir jetzt auf die Skala schauen, haben wir hier so jetzt 32 Millimeter. Plus, minus einen Millimeter würde ich jetzt mal von der Toleranz abziehen. Also 32 Millimeter ungefähr. Von 28 bis 32 haben wir die F4. Das ist nicht viel. Ja, das ist klar. So, und jetzt schauen wir mal, ab wann wird es denn interessant? Ab wann haben wir denn die 7.1? Das wird natürlich die meisten interessieren. Haben wir die erst kurz vor den 300 oder vielleicht schon früher? Und da muss ich euch enttäuschen, die 7.1 haben wir schon so circa bei 185 Millimeter, würde ich jetzt hier mal schätzen. Und das ist natürlich insofern schon interessant, weil wir hier dann ein Objektiv haben, das ab 185 Millimeter circa plus minus auf eine 7.1 abdunkelt. Und das ist ja nicht mehr sehr lichtstark. Wenn wir das mal mit dem Tamron 28 bis 200 vergleichen, das ich euch ja auch schon vorgestellt habe, das kann ich euch am Ende auch nochmal gerne verlinken. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung auch übrigens beide Objektive mal auschecken über die Links. Ich weiß nämlich gar nicht, was das 28 300 kosten soll. Ich habe jetzt nur eben die Specs hier bekommen. Ich habe jetzt hier keinen Preis gelesen. Ist jetzt auch gar nicht so interessant, weil ihr seht ja jetzt, wenn es dann veröffentlicht ist, klickt einfach mal kurz auf den Link drauf, falls ihr euch dafür interessiert. Und interessant ist jetzt eben der Vergleich der Brennweite, weil wenn ich jetzt hier mal rüber switche, das 28 200, das hat halt bei 200 Millimeter eine 5.6. Das hier hat bei einer 185 schon eine 7.1 und das ist natürlich vom Licht her eine Menge Unterschied, eine Menge Holz. Das 28 200 ist insofern auch viel lichtstärker, weil wir im Weitwinkel mit 28 Millimeter eine unglaubliche f2.8 haben. Das heißt, lichtstärker ist das 28 bis 200 deutlich. Das bedeutet, das 28 200 von Tamron richtet sich eher an den Landschafts- und ja, vielleicht ein bisschen Waldlife-Fotografen, an den Reisefotografen natürlich auch, der sehr kompakt und leicht unterwegs sein will, aber der auch gerne mal bei Dämmerung oder Nacht fotografiert. Bei 28 Millimeter f2.8 vielleicht mal die Milchstraße fotografieren. Das habe ich ja auch schon mit dem Tamron 28 bis 75 G2 erfolgreich in Namibia gemacht. Also man sagt ja immer so, 28 ist so die Grenze für Milchstraße, weil sonst ist sie einfach schon zu stark beschnitten. Aber ihr seht ja hier in Namibia, das geht mit 28 Millimeter f2.8 noch ganz gut. Und dafür ist das 28 200 natürlich auch par excellence geeignet. Und das 28 300, das richtet sich eher so an Landschaftsfotografen, die vielleicht mehr so tagsüber unterwegs sind. Also Landschaftsfotografen deswegen, weil bei 28 eine f4 ist natürlich für Landschaft perfekt. Da können wir noch abblenden auf eine f7.1, f8. Und ähnlich verhält es sich auch bei langen Brennweiten. Also Brennweiten zwischen 100 und 400 Millimeter nehmen wir ja auch wahnsinnig gerne in der Landschaft, um die Landschaft zu verdichten, um einen schönen Ausschnitt aus dem Weinberg zum Beispiel rauszugreifen oder aus der Toskana oder wo ihr auch gerade unterwegs seid. Also der Vordergrund rafft den Hintergrund zusammen und das wirkt auf Landschaftsfotos extrem gut. Dementsprechend hier auch absolut eine Wunderwaffe, wenn es um Landschaft geht, weil es halt um so viel leichter und kompakter ist als ein 100-400. Schaut euch das mal an, wie klein und leicht dieses Objektiv ist. Und von daher ist es schon interessant für Landschaftsfotografen, für Wanderungen, für Reisefotografen, für Leute, die halt mal zwischen rein vielleicht ein Porträt schießen wollen. Aber das schönere Bokeh, die größere Lichtstärke wird immer das 28-200 haben. Dafür haben wir hier halt eine 300, also die komplette Flexibilität von 28 bis 300. Schauen wir uns kurz an, was ich damit gemacht habe. Ich war hier bei dem Nikon Z6 Test in einem Garten unterwegs und habe mal mit dem Tamron auch ein paar Fotos gemacht. Und ihr seht hier bei 28 Millimeter, das ist ansprechend mit einer F4. Mit der offensten Blende haben wir hier auch keine spürbare Vignette. Wie gesagt, natürlich wird dieses Objektiv eine Vignette haben, aber ihr seht ja hier auf diesem Foto, das ist in der Praxis alles nicht so relevant. Ich sehe hier keine Vignette. Dann ein paar Makros gemacht mit 300 Millimeter. Das Objektiv hat eine Naheinsteckgrenze von 19 Zentimeter. Und wir erreichen damit einen Vergrößerungsmaßstab von 1 zu 2,8. Das ist jetzt kein 1 zu 2, was manchmal bei Tamron ja auch produziert wird. Aber ein 1 zu 2,8 ist schon wesentlich besser als das, was andere Hersteller hier oft abliefern. Dementsprechend auch sehr schön für Schmetterlinge und hier für so Blüten geeignet. Und schärfetechnisch muss ich sagen, ist es nicht ganz auf dem Level, also so vom Gefühl her, das ist keine Labormessung, ne? Vom Gefühl her ist es nicht ganz auf dem Level, wie zum Beispiel das Tamron 2875 der zweiten Generation. Wie zum Beispiel das Tamron 35150, das ist ja absolut mindblowing, wie hier die Schärfe war. Oder das Tamron 150500, die spielen alle irgendwie schärfetechnisch nochmal auf einem anderen Level, habe ich das Gefühl. Ihr seht, die Bilder sind nicht unscharf, aber trotzdem fehlt mir so ein bisschen das letzte Quäntchen an Knackigkeit hier. Ihr seht, der Fokus liegt jetzt hier nicht auf dem Schmetterling, sondern auf der Blüte. Die ist schön scharf, die ist knackig, das sind ja schon 100%, wo ich euch das hier zeige. Aber wenn ich jetzt mal hier auf 300% gehe oder so, dann fehlt mir hier doch noch so ein Tacken an letzter Schärfe. Aber das ist halt einfach auch dieser Konstruktion geschuldet, die eben vieles abdecken muss. Und das macht sie schon auch sehr gut. Bokeh war ich total überrascht. Wenn ihr zum Beispiel das Bokeh von dem Blumenbild mal anschaut, da ist ja kaum Bokeh da, weil ich das mit 28mm gemacht habe. Aber da seht ihr, das ist schon, ja, das hängt immer sehr von dem Abstand zum Motiv ab und welche Brennweite ihr eingestellt hattet. Wenn ihr aber die Makros mal anschaut, dann ist das ein beeindruckendes Bokeh hier mit den neuen Blendenlamellen, die in diesem Objektiv verbaut sind. Da muss ich sagen, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Also auch hier dieses Bild insbesondere gefällt mir total gut vom Bokeh. Schaut euch mal das Bokeh im Vordergrund und im Hintergrund an, denn beides ist wichtig. Wir haben hier schöne runde Bokehkreise. Ich sehe jetzt hier keine Zwiebelringe. Das könnte natürlich an einer provozierten Lichtsituation schon noch der Fall sein. Das habe ich nicht getestet. Deswegen alles vorsichtig behandeln. Das ist kein richtiger Test hier. Ich habe wirklich nur ein paar Bilder gemacht. Ich habe es ein bisschen ausprobiert. Es geht hier eher um eine Vorstellung, um euch mal das Ding zu zeigen, um euch die Specs zu erklären und wo ich die Stärken und Schwächen dieses Objektivs sehe. Und ihr seht halt so Schmetterlingsfotos. Dafür sind die natürlich toll geeignet. Und das Bokeh ist wirklich ansprechend. Da habe ich schon irgendwie ein bisschen gestaunt, dass das doch so gut ist. Aber ich denke mal, das wird nicht in jedem Fall so sein. Wenn ihr ein bisschen weiter zurückgeht auf dem 50mm oder so und dann mit einer Blende 5663, dann ist das wahrscheinlich auch kein tolles Bokeh mehr. Da kommt ihr natürlich nicht an das Bokeh von einem 5018 ran. Das ist ja klar. Chromatische Aberrationen waren doch auffällig stark vorhanden. Hier bei diesem Foto, das ich hier für das Thumbnail von dem Z8, Z6 III Test gemacht habe. Da habe ich erstaunlich viel chromatische Aberrationen hier auf dem weißen Schriftzug von der Kamera. Also das ist schon so, dass bei 28mm f4 ist dieses Bild entstanden. Da müssen wir natürlich bei so einer Konstruktion, die sehr viel kann, auch Abstriche machen. Wenn ich jetzt aber hier das Lightroom-Profil irgendwann geupdatet bekomme von Adobe, dann sind die chromatischen Aberrationen natürlich hier auch nicht mehr zu sehen. Oder ihr könnt sie halt einfach mit dem Haken auch wieder sehr leicht entfernen. Spielt für die Praxis alles keine große Rolle. Viel wichtiger ist euer Motiv und euer fotografisches Können. Und vielleicht, wenn ihr noch ein schönes Licht habt, das ist viel, viel bedeutender. In Summe muss ich sagen, Tamron hat hier wieder ein sehr schönes Objektiv gemacht im Design von der Reihe, die sich schon so bewährt hat. Und ja, ich finde es schön. Schaut euch gerne das Objektiv mal an. Mir hat es gefallen, dass euch das interessiert hat und vielen Dank für euren Support. Ich freue mich, wenn ihr zum nächsten Video mal wieder reinschaut. Bis dahin. Tschüss.